Traumyoga ist nicht einfach nur die Frage, befinde ich mich gerade in einem Traum oder die Vorstellung, ja, das hier ist alles ein Traum. Man muss nicht wirklich die Realität für einen Traum halten, um wirklich Traumyoga-Übungen durchführen zu können. In den vorigen Videos habe ich über Reality-Checks gesprochen, über kritisches Bewusstsein und über das Meta-Bewusstsein, dass man einfach in allen möglichen Situationen, aber vor allem in denen, wo man eher trüb ist, im Hinterkopf behalten kann. Ein Teil des Bewusstseins wird von den ganzen Sachen, die hier passieren, einfach rausgenommen und betrachtet die Gesamtsituation. Und das kann man im Sinne des kritischen Bewusstseins tun, dass man sich fragt, wo bin ich hier eigentlich, bin ich hier wirklich in der Wachwelt oder nicht im Traum? Oder man tut es im Sinne einfach der Gegenwärtigkeit. Man lässt es einfach so auf sich wirken. Und es gibt verschiedene Traumyoga-Übungen. Zum Beispiel der User Paiga im Klartraumforum hat eine sehr coole Übung vorgeschlagen. Man läuft durch die Gegend und betrachtet alles, alle Gegenstände, alle Elemente, als seine Traumgegenstände. Das sind meine Traum-Tannzapfen, das ist meine Traumluft, das ist das scheiß Traumflugzeug, Traumbaum, das ist mein Traumwald. Wenn man alles einzeln so daraufhin betrachtet, dass es zum eigenen Traum gehört, das verstärkt so die Vorstellung, dass man sich im Traum befindet. Und das ist eine ganz coole Übung. Eine andere Übung besteht darin, dass man wirklich auch sich so verhält, als wäre man in einem Traum. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Man sollte halt nur die Dinge tun, bei denen man sich sicher ist, dass das in Ordnung ist, selbst wenn es dann doch kein Traum ist. Aber man kann dann zum Beispiel durch die Gegend laufen und so denken, hm, ein Baum, okay. Wenn es jetzt ein Traum ist und ich habe da einen Baum vor mir, dann heißt es, der Baum kann mir auch Fragen beantworten. Also frage ich ihn einfach mal, was bedeutest du für mich? Warum bist du hier so als Baum mitten in meinem Traum? Und kann das so ein bisschen auf sich wirken lassen? Und natürlich redet er jetzt nicht. Wahrscheinlich ist er sauer. Aber man kann sich dann auch vorstellen, was würde er vielleicht antworten. Und man kann auch so mit Menschen interagieren, solange man nicht zu arschig wird und einfach so tut, als wären sie wirklich keine eigenständigen Persönlichkeiten mehr. Man sollte sie schon respektvoll behandeln, auch wenn man so tut, als wären sie Traumfiguren, die eigene Anteile in sich repräsentieren. Aber es ist auch eine ganz gute Technik, mit der man wirklich die eigene Projektion, die auf andere Menschen stattfindet, bemerken kann. Und dann nimmt man auch wahr. Sie sind wirklich Teil von mir selber, zumindest insofern, dass ich ja eine Vorstellung von diesen Menschen habe. Und diese Vorstellung entspricht nicht unbedingt dem, wie sie wirklich sind. Meine Vorstellung ist sehr geprägt von dem, was ich kenne und erwarte, mir erhoffe oder vielleicht wovor ich Angst habe. Was ich ganz gerne mache als Traum-Yoga-Übung ist, dass ich das Gefühl, wie es ist, in einem Traum zu sein, auf mich wirken lasse. Und das ist eigentlich das, warum ich meinen Channel auch Traumbewusstsein nenne. Dieses Traumbewusstsein, dieses Gefühl in mein Wachbewusstsein hineinzuholen. Das heißt, jetzt, wo ich, denke ich mal, wach bin, tanke ich dieses Gefühl auf. Also ich erinnere mich einfach an das Gefühl, wie es ist, wenn ich im Traum bin. Das ist natürlich leicht, wenn man schon viele Träume gehabt hat, sich an viele Träume erinnert hat, auch Klarträume. Da kann man sich leicht an dieses Gefühl erinnern, sich wieder hineinversetzen und einfach die Umgebung mit diesem Blick betrachten. Aber vor allem geht es wirklich ums Fühlen, nicht so sehr ums Sehen oder Hören und so. Und wenn man will, kann man natürlich auch einfach sich vorstellen. Wenn man jetzt nicht so stark diese Erinnerung daran hat, wie fühlt es sich eigentlich im Traum so an. Da kann man sich zumindest vorstellen, wie es wäre, wie es sich anfühlen könnte. Und für mich führt das hauptsächlich dazu, dass ich mich mit meiner Umgebung viel mehr verbunden fühle. Natürlich ist das bei der Natur besonders einfach, weil ich mich der Natur sowieso sehr verbunden fühle. Und die Natur ist halt auch einfach natürlich. Das heißt, sie ist einfach nicht so von sich selbst getrennt. Da ist sowieso alles miteinander verbunden. Das sieht man hier in dem Ökosystem bald. Aber es klappt tatsächlich auch bei Menschen. Also wenn ich mir so vorstelle, dieses Gefühl einfach, es ist jetzt ein Traum, dann fühle ich mich auch den Menschen verbundener. Und insofern ist diese Übung nicht unbedingt Realitätsverlust, sondern sie hilft einem wirklich auch in der Realität ein bisschen mehr Connection zu finden. Das heißt überhaupt mehr, die Realität überhaupt wahrzunehmen als das, was sie ist, nämlich als ein Wunder. Und ja, auch die Verbundenheit mit der Welt, in der man sich befindet. Die Welt ist meine Welt, zumindest auch. Und die Verbundenheit mit dieser Welt wahrzunehmen. Das bedeutet eigentlich, dass man noch mehr zur Realität hinfindet. Hier interviewen wir mal eine Biene. Weg ist sie wieder. Und das letzte Traum-Yoga-Element, von dem ich euch erzählen will, ist das Verlangsamen der Zeit. So kann man es nennen. Eigentlich verlangsamt man ja nicht die physikalische Zeit, sondern verlangsamt die psychologische Zeit. In dem Moment, in dem man innehält und nichts mehr tut. Oder wenig tut. Wo es sich rumschaut, alles auf sich wirken lässt. Und einfach aus dem Alltag raussteigt, wo man die ganze Zeit Handlung hinter Handlung setzt. Und immer wieder eine Sache nach der anderen tut. Ja, und wenn man alles so einfach auf sich wirken lässt, wie zum Beispiel diese Schnecke auf einem Baum. Oder die Ameisen, die da so hochkrabeln. Einfach alles betrachten. Dann hat man das Gefühl, man verlangsamt die Zeit. Was da wirklich für mich noch dahinter steckt, hinter diesem Gefühl, die Zeit zu verlangsamen, ist auch dieses Gefühl, dass alles so realistisch ist. Jetzt betrachte ich erstmal die Wirklichkeit wieder so, wie sie ist. Weil so häufig nimmt man sie gar nicht wahr. Und sehr viele Klarträumer kennen das ja. Im Klartraum hat man so dieses Gefühl, wow, wie kann das sein? Das ist alles so realistisch. Und man ist so richtig beeindruckt von jeder Kleinigkeit. Und das Gleiche kann man auch im Wachleben machen. Also lernen, wieder wie ein Kind die Welt wahrzunehmen. Und zu bestarren. Und das macht einfach Spaß. Das ist einfach super geil. Da braucht man noch nicht mal dann einen Klartraumerfolg. Weil das einfach das Erlebnis so richtig schön ist. Und als Bonus kommt dann noch ein Klartraum dazu vielleicht. Und das sind so die Techniken, von denen ich rede. Die Übungen, die halt Spaß machen sollen. Weil dann ist man motiviert, das auch dauerhaft in sein Leben einzubauen. Und dann braucht man nicht ständig Klartraumerfolge, damit die Übungen ihre Rechtfertigung haben. Sondern dann hat man einfach ein bereichertes Leben. Und wenn man mal so betrachtet, wie realistisch das eigentlich alles hier ist. Dass man alles so in der Gesamtheit auf sich wirken lässt. Aber auch die einzelnen Details betrachtet. Dann merkt man auch, wie stabil alles ist. Oder man kann auf diese Stabilität achten. Und das finde ich auch besonders cool als Traum-Yoga-Übung. Dass man den Traum, den man sich als die Wachwelt vorstellt, so betrachtet. Wow, wie stabil alles ist. Ich muss überhaupt nichts tun. Die ganze Physik funktioniert von selber. Ich kann mich schnell umdrehen. Und die Szenerie, die muss ich nicht erst langsam aufbauen oder so. Es ist einfach alles schon da. Und es ist einfach alles so perfekt und so detailliert. Ich meine, man kennt Klarträume, wo das nicht ist. Wo man so durch die Klarwerdung fast schon aufwacht. Weil irgendwie alles wegbricht und man sieht nicht richtig und so. Aber es gibt ja auch die Klarträume, wo alles so ultra realistisch ist. Und je mehr ich darauf achte, wie stabil diese Wirklichkeit hier ist, umso mehr inkubiert das auch das Gefühl für meine Träume. Weil ich will ja, dass meine Klarträume genau so sind, wie ich das hier wahrnehme. Mit Zusatz von Superfähigkeiten natürlich. Und ich muss noch nicht mal glauben, dass das jetzt wirklich ein Traum ist. Es reicht wirklich völlig, wenn ich mir vorstelle und mir sage, wow, so kann ein Traum sein. So stabil und so realistisch kann ein Traum sein. Zusammenfassend, man kann Traum-Yoga betreiben, wenn man sich vorstellt, die Wirklichkeit wäre ein Traum. Ich meine, die Buddhisten stellen sich das ja grundsätzlich so vor. Man kann es aber auch lassen. Man stellt sich einfach nur vor, die Wirklichkeit ist so wie ein Traum. Oder ein Traum kann so sein, wie die Wirklichkeit ist. Und man kann einfach die Übung durchführen, ohne dass man Angst haben muss vor Realitätsverlust. Darüber habe ich ja auch schon was gesagt. Eigentlich findet man sogar zur Realität hin. Zur Verbundenheit mit der Umwelt, mit anderen Menschen. Und einfach zum ganzen Kontext, in dem man sich befindet und in dem man lebt. Und dadurch erlangt man auch sehr viel Freude. Das macht sehr viel Spaß, ohne dass man dadurch schon einen Erfolg im Traum haben muss. Und so ist das auch sehr motivierend, um wirklich dran zu bleiben. Um diese Übungen in sein Wachleben einzubauen, weil sie einfach schön sind. Und sowas ist viel besser als scheiß Reality-Checks, wenn man mich fragt. Dann habe ich noch ein paar Übungen vorgestellt. Eine Übung besteht darin, dass man einfach durch die Gegend läuft und sagt, das ist alles mein Traumelement. Meine Traumzweige. Meine Traumluft. Und so weiter. Bei einer Übung geht man wirklich mit der Wirklichkeit so um, als wäre sie ein Traum. Man spricht mit Menschen oder sogar mit Bäumen. So als wären sie Anteile von einem selber. So als können sie einem irgendwie was mitteilen. Eine Übung besteht einfach darin, dass man alles auf sich wirken lässt und die Zeit verlangsamt. Also die psychologisch erlebte Zeit. Dass man aus dem ganzen Trubel des Alltags hinaussteigt und stoppt. und alles betrachtet. Dann eine Übung oder ein Aspekt davon, dass man alles realistischer wahrnimmt und die Stabilität der Wirklichkeit, der ein Traum ja auch gleichkommen kann, bewundert. Und ob man sich nun entscheidet, das Leben ist ein Traum oder nicht, spielt keine Rolle. Man kann die Übung so oder so machen. Und sie können so oder so das Leben bereichern. Und sie können so oder so machen. Danke. Vielen Dank.